Tja, liebe Gindorfer Schützen, liebes Majestätenball, lieber Brudermeister, auch ich bin nicht dran vorbeigekommen und wurde nominiert. Ja, ich habe dieses Jahr Sankt Sebastianus auch sehr genossen. So früh war ich noch nie im Bett, ich habe noch nie so wenig gefroren, aber ich habe tatsächlich auch noch nie so wenig getrunken. Von daher wünsche ich mir unsere Normalität zurück mit unseren Festen in unseren Ortsteilen, mit Spaß und Geselligkeit, ja, viel Harmonie und ich wünsche auch am Königsbar einen langen Atmen, denn es kann echt sein, dass sie wirklich eine Riesensaison hinter sich legen werden müssen. Aber darauf, mein Prost auf Gindorf, unser Bröderfest und auf alle anderen Feste, die wir auch noch feiern, dass wir sie bald wieder haben und dass wir uns bald wieder persönlich treffen und feiern können. Ciao!